Exklusion, wörtlich Ausschluss, sinngemäß auch Ausgrenzung, beschreibt in der Bildungssprache die Tatsache, dass jemand von einem Vorhaben, einer Versammlung und ähnlichem ausgeschlossen wird. Die Teilnehmer möchten oft aus Gründen des Herrschafts- und Machterhalts, aus Misstrauen oder aus anderen Reputationsgründen unter sich. H. Exklusiv bleiben, womit eine gewisse Abwertung bis hin zur Diskriminierung derer, die ausgeschlossen werden, einhergeht. Der Gegenbegriff ist die Inklusion. Soziologische Verwendung In der Soziologie ist Exklusion im Allgemeinen ein Begriff, der in einer neuzeitlichen Gesellschaft den nachhaltigen Ausschluss einzelner sozialer Akteure oder ganzer Gruppierungen aus denjenigen sozialen Kreisen bezeichnet, die sich als die eigentliche Gesellschaft verstehen. Auch wird mit dem Begriff der Ausschluss von Grundrechten wie dem Recht auf angemessene Ernährung, dem Recht auf Grundschulbildung, dem Recht an Wahlen teilnehmen zu können, dem Recht auf Schutz vor Folter und politischer Verfolgung, dem Recht auf medizinische Versorgung und dem Recht auf Familienplanung und ähnlichen Rechten verstanden. Bisweilen empfindet sich, wer so ausgegrenzt wird, selber als wertlos und außenstehend, akzeptiert die Wertvorstellungen des ihn ausschließenden Kollektivs nicht und handelt entsprechend. Dennoch verbindende soziale Interaktionen werden dabei als unerheblich betrachtet. Der Begriff umfasst somit einen schärfer abgewerteten sozialen Tatbestand als die Begriffe Single, Außenseiter, Carun-Gruppe oder Einsiedler. Soziale Exklusion ist der Verlust an sozialen und politischen Teilhabechancen. Sie kann für die Betroffenen sogar zu einem mentalen oder physischen Überlebensproblem werden. Betrifft diese Exklusion große Gruppen, so kann dies zu einem politischen Problem werden. Die mit Beginn der 1980er Jahre einsetzende Diskussion um neue Armut, vor allem deren Rezeption in der Soziologie in Frankreich und den USA, hat den Begriff Exklusion entscheidend geprägt. In dieser Diskussion wurde besondere Aufmerksamkeit auf die Frage gerichtet, ob und aus wessen sich die Exkludierten noch eine ökonomisch oder sozial bedeutsame Funktion erfüllen, oder ob diese als gänzlich überflüssige, von kompletter Vernachlässigung bedroht sind. In diesen Fällen schlägt sich die Exklusion auch in räumlicher Ausschließung der Betroffenen nieder. Die Diskussion in Frankreich wurde stark durch die Unruhen in Frankreich 2005 geprägt. Die faktische Ausschließung höchstgestellter erhabener Persönlichkeiten vom allgemeinen Umgang, die deren hohe Wertschätzung betont, mag diesen oft unangenehm sein, wird aber nicht als Exklusion betrachtet, sondern soll sie davor schützen, ins Gemeine herabgezogen zu werden. Eine Inklusion in einem System, die so stark bindend ist, dass sich faktisch ein Ausschluss aus anderen Systemen ergibt, bezeichnet man als Hyperinklusion. Exklusion ist der Sache nach eine historisch früh auftretende soziale Erscheinung. Harte Formen der Exklusion oft verrechtlicht kannten sowohl arkefale Gesellschaften als auch Kasten- und Ständegesellschaften, Kirchen und totalitäre Diktaturen. Bei den Korps ist die Exklusion die schwerste Strafe. Im Kösener Seniorenkonventsverband herrschte seit dem Beschluss von 1862 darüber ein Verständnis, dass mit Exklusion nur noch der entteerende Ausschluss aus dem Korps zu bezeichnen sei. Die Wiederaufnahme oder die Aufnahme in ein anderes Korps ist ausgeschlossen. Wirtschaftswissenschaft In der Wirtschaftswissenschaft wird vom Exklusionsgrad wirtschaftlicher Güter gesprochen. Vergleichende Politikwissenschaft In der vergleichenden Politikwissenschaft spricht man bei ausschließenden Demokratien von exklusiver Demokratie. Siehe auch Marginalisierung Meidung Mobbing Prekarisierung